Heute stelle ich euch eine Panne in je 300 Fahrt an. Sieht aus wie ein kleiner Militärtrainer. Ich zeig euch die Maschine. Goldenmotor mit 100 PS. Unverstellbarer. Öl messen. Alles gut. Jetzt ist der Staurohrschutz. Du musst natürlich vor einem Flug abgenommen werden. Das Flugzeug hat schlechten Tanks. Radfläche öffnen. Das ist ein guter Test. Die Klappen auf Flaps. Die werden elektronisch gesteuert. Mal sehen wie es auf der anderen Seite so geht. Grün oder super. Das ist das Zeitflug da. Wird auch sehr schnell bedient. Funktioniert super. Isola funktioniert super. Das Flugzeug hat sogar eigentlich Fahrwerk. So, dann wollen wir die Pioneer mal Test fliegen. Die Klappen auf Flaps. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Unterflug. Untertitelung des ZDF, 2020